Jo Leute, was geht ab? Munger hier am Start. Pink Fluffy Unicorn. Nicht mehr. Wieso nicht mehr? Seht ihr das? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Die sind nicht mehr pink. Aber ich hab mir von Garnier ein Dunkelbraun gekauft, ja? Zum Färben. Sieht das aus wie Dunkelbraun? Sieht das aus wie Dunkelbraun? Nein, tut es nicht. Guck dir das an. Was ist das? Was ist das? Was ist das?